Ich hab's gesehen, guck ich auf den Account, mach ein Spiel, äh, aber da sind die Topf 70, warum, weiß ich nicht. Bruder, wann ist der denn? Ähm, morgen, also 20 Stunden, mal wegkennen. Solo Cup mit Preisgeld. Ne. Ja, morgen in 24 Stunden, meinst du? Ne, 20 Stunden. Ich hab 5-bettig Sterne, du? Ne, warum kommen jetzt keine Runde rein? Hä? Keine Ahnung. Ja, da so. Ja, dann mach mich aber auch geregt als Gruppmannführer, lass erst mal Creative einspielen. A little bit of a design, you know, kind of silver with the... Wir spielen dieses Zone Wars, geh da drauf auf Park Zone Wars. Alright, so, stay from there, I'm gonna buy the, uh, next stand there, Klang, 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 and, uh, Sunny Silver, purchase that, home. So, I'll showcase all of these, Klang, Sloan, Dr. Sloan, and Silver, uh, I'm not sure how I fully bought that one there, and then, the one everybody's gonna be looking at there, Rick Sanchez, look at that flex. Alright, let's go ahead and Klang, now. Egal, wir machen das jetzt einfach. Alright, so, Page 3 is maxed out, now moving on to Page number 4. Rick Sanchez, uh, we'll start out with Zig again. So, go ahead and Klang. Boom, Unlocked. So, this is the good style for Zig. Woah. Next. You see the harvesting tool there? Woah, the Pickaxe is yeah maximal fresh. Von Y, G, gold. I'm here? Let me know what you guys like in the comments. The silver golden with a automatic. What do you guys like in the best? Let's see, what Dr. Sloan in silver looks like. How many golden? ach du hast du würdest in skin contest von mir weiterkommen am brot skin contest hast du mal wieder bock auf skin contest heute wollten wir doch leveln haben wir uns heute auch gelasert gravia sprayt ja ok komm ich bin los oder lade leute ein dass wir skin contest machen können ja lukas denn jetzt auf duos hast du den controller dann am lade station Wie viel Prozent? Wann hast du den dran gemacht? Der wartet einfach bis 20 Uhr, dann ist er voll. Ja, gut. Herr Buda, wir spielen nun mal, äh, wir landen, baunie. Hast du XP-Boost? Ich hab XP-Boost. Ja, okay. Boah, ich werde heute locker noch Level 175, äh, 70 werde ich heute noch schaffen. Wie lange hat man denn maximal, ja, okay, wir waren ja lange nicht online, ne? Boah, ach, Mann, dein Gegner. Bruder, ich werde abgeschossen. Fünf AP. Aber keine Mads. Bruder, er jagt mich. Und wie, alter. Ah, Digga. Keine Ahnung, es gar. Oh mein Gott, Digga. Wenn ich den jetzt auch noch hole. Ja, es liegt, ja, ich hatte ein AP, was soll ich da machen? Oh mein Gott. An adjective. Ich bin ja, antokoll. Oh mein Gott. Und? Oh mein Gott. Martin? heute was genau zu einem neuen video zu einem ekelhaften video ich habe jetzt einfach den controller genommen wie viel akku hat der mein wahl ok aber wir werden heute sehr viele dinge machen keine ahnung vielleicht meldet uns die person sogar der haste einfach voll aus wäre das super lustig wenn euch das ganze gefällt das doch hier vielleicht gut ein abo da und sagt man kreative wannabe ich habe ein so und macht das ganze nicht nach weil das ist echt ich mache keine videos mehr wo gehen wir hin bau nie oder den präsenten am besten jockey flessend wenn da ich habe in auftrag lande plästig ob ich hatte immer noch ich habe den nicht mehr da wenn man fünf stunden nicht online ist hat man dann auch fünf stunden xp ich war auch schon mal paar tage nicht online ich hatte genauso viele tage xp aber auch schon mal die und die ich also Das ist so schade! Bäm, hab ein. Lukas, ich brauche Hilfe. Okay, ich brauche den Platz weg. Ich bin tot. Wie das denn? Lukas, vielleicht nicht auch Gegner. Den meinte ich nicht. Ferrari, Alter. Spielst du sonst so? Ey, Digga, so schnell kann keiner sterben, wie ich immer sterbe. Ah, ich habe eine Team Mission für Gegner, damit er dir den Waffen schaden zu. Bekommt da jeder XP? Ich glaube, ich weiß nicht, ob du die schon hast. Oh, ja, ja, ja. Adam, der war jetzt auch schon wieder. Ey, du hast deine Stimme deaktiviert. Ey, er redet nicht mehr. Hä, wie los ist der denn? Was hat der gemacht? Guck mal, jetzt ist jemand mit dem Schwarzpferde haltet. Jetzt ist er wohl vor, was macht der denn? Er ist leichter, warum redet er nicht mit mir? Ich würde ihn jetzt einfach... Egal, ich würde ihn jetzt einfach... Vielleicht poll der ein bisschen schießen. Hallo? Was war da los? Keiner passt, wird auch was. Wir fahren jetzt auf die See. Du kommst jetzt mit, du Frechdachs. Du wolltest nicht mit mir reden. Da hast du deine Führung ab jetzt. Ich hab auch die ganze grad rum probiert. Okay, sing mir ein Lied vor, ansonsten fahren wir jetzt aufs offene Meer. Ist mir egal, du kannst auch rappen. Alle meine Älken sind auf den See. Das geht noch viel besser. Likki, hoi, 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 hoi. 100% natürlich hier zu taten. Diener ein Likki von Lagnese. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Was ist ehrlich? Damit hätte ich nicht gerechnet, dass der zweite direkt zuerst wird. Wo willst du denn hin? Hat dich deine Wunsch... Äh, lass wieder Pleasant. Hier ist nirgendwo hin, Junge. Da geht halt an. Hallo? Seid mal hochgelegt. Ey, jetzt kommt der wieder. Hallo? Was ist die Nummer her? Nein, ich hab zwei Mal in den Kippen. Ja. Wie steht das mit ich? Weißt du wer ich bin? Wo du dich? Ja, Digga. Ich schieb das beim eigenen Vortrag tun hier. Sag dir Leute an. Du musst gucken, wie viele Leute noch anrufen. Ja. Ja, wo dann nur Piste ja schmeckt. Ich hab euch gesagt das gerade. Let's go. Ich sag dir das ganz schwer. Ich muss das Switch bearbeiten, ich muss das Handy bearbeiten. Und gleichzeitig auch Leute gehen. Aber ich hab's euch gesagt. bei mir ist einer. Ich bin... Gott, wer ist. Bei mir ist einer. Ah, ok. Hey, bist du denn? Dummheit tut weh. Ich bin der schlechte Tishiter aller Zeiten. Shit, hier ist noch einer. Was wird denn das hier? Was fällt dir? Machen, da ist einer. Warte, da ist einer. Da ist halt einer. Das Ding ist halt... Einer ist ein Schacht. Auch einen. Bei mir ist noch einer, Lukas. So, ich hab selber gerade Probleme. Ja, mit dem HP-Zonen, ja. Warte mal, habe ich vielleicht noch blaue Aufträge, die nix kriegen? Aber ich kann jetzt keine Rücksicht nehmen. Ich weiß nur ganz genau, ihr wollt das doch sehen, wenn die Leute auslassen. Mir ist das doch scheiße. Hallo? Was machst du denn hier? Wie kämpfst du hier etwa? Weiter geht's dem Tomi. Ey, lass mal einspielen noch. Hallo, Fischi. Ey, da ist auch eine Pampe dabei. Ehrenlos. Ehrenloser Fischi. Da ist auch ein Sniper dabei. Ich spiele um, äh, 21 Uhr Solo. Und der FIFA wahrscheinlich. Hallo? Ich hab noch ein Füßen mit Trump und so. Hey, was war das? Das war ein Witz. Solange du offline gehst, spiele ich mir noch mit dir, äh, du. Was? Warte mal, ich muss kurz in die Zone warten. Du bist mein Auge gerade, okay? Jo, erzähl mal ne Geschichte. Warte. Ja, ha. Ne? ja 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 mal auch auf auf um auf 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 Ich guck mir schon Sachen an für Fifa 2 und Ultimate, du gar nicht spielen kannst. Ja, aber im Ultimate guck ich mir schon mal Sachen an, ich spiel's trotzdem. Ich spiel's trotzdem Lukas, dann wird dein Account gesperrt. Wir wissen ja nicht wie alt ich bin. Ich hab ja die E-Mail-Adresse von meiner Mutter. Trotzdem wissen wie alt du bist. Wenn das die E-Mail-Adresse von meiner Mutter ist. Lukas, ich weiß das schon. Dann denk die, ich hab das alter von meiner Mutter. Ey, kannst du mit? Also doch, du kannst spielen, aber du kannst nicht Packs aufmachen. Ich werde aber keine Chance, wenn wir da, glaube ich, sehr viele Erwachsene sind. Ich spiel' ein paar Runden, das. Ich spiel' so 15 Runden. Ich bin mal gespannt, wie sich jemand aufregt, wenn er mit einer Waffe gekillt wird. Und geht jetzt einfach da und dann muss total eklig. Ich sag's euch Holy Hedges. Wo bist du? Ah, du bist direkt bei mir in der Nähe. Du hast auch SCAR, was soll man da machen? Du Sprays. Das ist SCAR, das ist der Laser. Ah, heutzutage. Hab ich jetzt auch hier auf der Headshot-Partei. Ich glaub das ist ein instell. Veransglück. Ähm, okay, 2-Hard-Mode activated. Ah, wieder eine SCAR, geil. Hey, das ist mein Jetpack, Junge, komm sofort her. Hast du eine SCAR? Nein, eine AK, Mann. Das ist ein bisschen raus, Junge. Das ist weiß. Wie du die ganze Zeit sprayst? Ich probier' dich, wenn du... In der Runde wird auf dich auch gesprayt. Endlich leid, dass ich mich gefehlt habe. Ich weiß, was will ich jetzt. Wollen wir gleich wieder K-Duell? Ja, okay. Hast du nicht ein Kriegespiel? Wir sollen nur noch Granaten. Ach, nur Granaten? Ja. Okay, ich spür' nur Granaten jetzt hier. Sorry, dann kommt da, ich muss auflegen. Okay, warte kurz, ich mach das jetzt hier. Okay, du bist live dabei. Ich hätte jetzt noch mal eine Granate hier. Junge, bleib still, das ist meine Granate. Warte, geh aus. Warte kurz, ich hab' gleich. Ich kann nicht bauen. Oh Gott. Vielleicht wegen ich das schon gebaut hab. Ey, Bruder, ich rufe dich gleich noch mal an, ja? Wir kommen gleich einen Anruf mal. Ich bin sein Bruder, bis gleich. Hier ist irgendwo einer. Mein Grab ist quellend, sagen wir. Hier ist ein Game. Du konntest doch bauen. Komm mal daraus, hallo. Sind sie eingesperrt? Brauchen sie Hilfe? Du Hilfe, bitte! Oh, der Arbe. Der Arbe, um zu zu wehen. Der hat ja alles so super gesammelt. Oh Leute, was macht ihr mit mir? Komm mal nur auf solche Ideen. Ich rufe mich an. Oh mein Gott. Guck mal, da ist vier Leute zu. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Oh, da. Ich zieh dich. Bleiben sie bitte stehen. Sie spielen ein Cheater-Turnier. Den Effekt, den haben wir. Oh shit, wir haben ein Zeug. Der XP-Boost. Wir haben nichts gesehen hier. Weil ich wollte mich jetzt auch weg. Laufen sie nicht weg. Sorry, Crazy Zebra. Ich bin der hierinloseste. Oh nein, wen haben wir denn hier noch? Hallöchen, ich bin's. Der Cheater. Du musst dich jetzt leider umregeln. Ich weiß, du spielst fair, aber ich spiel schon unfair. Bruder, wie du in der Zone mich abzeugelst. Was ist das? Ich glaube, wenn du einbaust, ne? Ich spiel nie wieder mit dir. Ich bin's. 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 Deines Gegner! Oder soll ich auf die Luft gehen? War das gut? Ja. Wolltest du deswegen anrufen? Ja. Ok, ich hab den Cheetah gekillt, wir haben ihn Jungs. Ja, und ich weiß auch, dass Cheetah nicht gut ist. Äh, nee, nee, ich bin nur mit Spitzhack geguckt. Siehst du das grad? Äh, da bist du! Ticka! Ja, ja, genau. Guckst du mir doch nicht? Ja, ich hab mir die Spitzhack gedacht, gehst du doch, oder? Und jetzt direkt wieder. Du musst ne Runde gewinnen. Ja, okay. So, warum hatet ihr mich nicht mit das, was ich hier tue? Ich bin der Schlimmste von allen. Du musst mich auf dein Handy anrufen. Guck doch mal eine Nummer an, was ist los mit euch? Hallo? Hallo? Bist du der von eben? Äh. Warst du schon mal angerufen? Ich hab auch nicht angerufen. Okay, was ist los? Was brennt dir auf der Seele, Bruder? Ich bin schon gleich. Soll ich weitermachen, oder soll ich aufhören? Das liegt jetzt an dir. Hör genau zu. Du wirst jetzt entscheiden, ob ich weitermache, oder nicht. Mach lieber schnell. Ich werde sonst alle Leute umbringen. Mein Nein reicht auch aus. Okay, es ist zu spät. Ich werde jetzt weitermachen. Ich werde jetzt umbringen. Das ist deine Schuld. Der Kill geht auf dich. Das passiert, wenn du zu lange brauchst zu beantworten, mein Freund. Der Kill geht auf dich. Aber das war okay, oder? Äh, nicht. Genau, ja. Oha. Okay, ich muss mal auflegen, Brudi. Danke für den Anruf. Ja. Geht's auch. Guck mal, die beiden hier. Hä? Ich bin gleich Solo. Stream du auch mal Solo. Gleich. Hallo? Hallo? Wo bist du? Gerne. Welche Pizza? Bist du ein Mädchen? Ja. Okay, was gibt's? Du hast noch mal reingemacht in den Namen. Ja, ja, hab ich. Ich spiel grad im Turnier. Ich will grad nicht so lange spielen. Boah, zu viele. Wie hab ich dich getroffen? Also, das wird so ausfallen. Aber du entscheidest. Soll ich weiter? Oder soll ich aufhören? Ja. Ja, soll ich weitermachen? Okay, ich mach weiter, ja? Ich kill mal jeden Fall. Okay, tschüss. Ja, das gehört. Die wollte, dass ich weitermache. Machen wir mit Unterschieds oder ohne? Ja. Okay, dann kann ich halt ein SkyBath bauen. Sag euch. Der Planer funktioniert aber. Es ist alles... Oder wenn ich jetzt nicht... Komm her, Junge. Es ist eh alles vorbei. Die werden uns erwischen. Die können uns nicht immer verstecken. Die können uns nicht immer verstecken. Oh, das ist auch irgendwie so ein Spiel. Tja, ich hasse dich. Du farmst mich immer in der Zone ab. Leider keine Beweise hier lassen. Oh. Oh. Streamst du gleich Solo? Ja, ich spreche dem heute mal. Oh, das Thema Ultimate. Nee, hab ich ja noch nie mal. Junge. Du wolltest levin, also. Das ist jetzt soweit. Ich muss jetzt leider die Wahl sagen. Das kannst du jetzt auflösen. Also stream morgen Ultimate Team doch. Einfach ne Chat rein. Ja. Hat da jemand angerufen? Warte mal kurz, ruf durch Alarm. Was geht's? Ja, nix. Wo hast meine Nummer her? Ja, aus dem Spiel. Was soll? Aus dem Spiel. Was ist Lukas? Hä? Was ist das denn? Hab ich gerade erst mal auf. Ich muss gerade leider sein. Die Nummer. Und Meister. Ja, ja. Und jetzt hier bleib ich auch noch? Nein, nein, drei Ziger. Du hast... Ich muss euch was gestehen. Zwar hab ich Studiere gespielt und... Ich hab zwar mit meinem Account gespielt. Ich hab auch das Studiere-Karroll geöffnet für euch. Aber... Sag mal so, ich brauche... Ich spiel jetzt Solo. Ich spiel jetzt mit meiner Handynummer. Streamst du jetzt Solo? Nein, du hast den Ge-Cheated. Ich bin so froh, dass ihr gerade alle gemutet seid. Ich würde mich wahrscheinlich auch nicht haten. Es hat mir wirklich... Ich schwör auf alles. Und nochmal leid getan. Ihr habt alle... Nee, stream mal Solo. Das war so schwierig heute. Warum? Weil du doch auch diesen... Äh... ZY... Ich hab mal für all die, die ich gekillt habe. Ich denk mal alles trotzdem ganz gutes Video. Ich bin ein Stream heute. Und darum kannst du ja morgen Fifa streamen. Lass gerne ein Abo da. Und dann sehen wir zum nächsten Video. Aber ich muss mir erstmal... Ja, ich gucke mir aber erstmal die Sachen, die in Ultimate Team drin sind. Boah. 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 Du spielst immer Ultimate Team. Lukas, also guckst du dir nur die Sachen an oder spielst du auch? Hm. Ich guck mir die Sachen an. Und danach streamst du äh... 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 Dings? Ja. Du zwingst mich ja dazu. Ja, weil du da leveln möchtest. Außer du willst die Skins nicht mal einen Holo haben. Lukas. Außer du willst die Skins nicht mal einen Holo haben. Ich guck... Ich guck... Ah, ich spiel dann halt eh... weil... wir wollen Fifa 6 geile zu reingekommen. Oder? Guck... Ich guck grad durch. Und du warst du vorhin schon in Ultimate Team? Na, ich guck grad durch, jetzt bc's. Aber das kannst du doch auch morgen machen. Du kannst ja morgen wieder Ultimate Team livestreamen. Nee, ein paar Sachen, wir hatten noch einen Tag rausgenommen. Mann, wetten du scheiße, das ist eh frei. Ja, ich guck nur nach... Du hast das Team doch komplett verkauft. Nicht ganz. Nur mal eine Verteidigung. Waran auch? Ja, waran hab... Ich hab keinen Waran. Du hast doch ein La Liga Team gebaut. Ja. Ich hab's verkauft. Ich hab's 300k. Ah, halbes Mitte fällt jetzt jetzt weg. Hast... Hast du jetzt... Also streamst du jetzt fort? Fortnite oder nicht? High Steam Fortnite. Ja, okay. Okay, dann... Ja, ich tu auch noch meinen neuen Stream machen. Redest du dann, äh... Oder machst du ohne reden? Und dann... Ich hab's den, äh...